Der Femot Der Femot Oha Wir sind schon im Spiel Samen einsammeln Oha Dann mal den Samen Samen pflanzen An den Berg von da hin Und dann Platz und wachsen lassen Äh Ist ja fantastisch Wir bauen uns unseren kleinen Baum Das war's schon Okay Machen wir hiermit weiter Flasche können wir nicht wegräumen Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Aha Im Moment ist Gießen ich rede damit auch noch verscheußen fantastisch wow kleines schläg des gärtnerabenteuer wir bepflanzen die welt schild und jetzt gehen hier oben kommen wir von hier aus fantastisch noch eine flasche hübsch cloud gardens interessantes spiel mal ein schild was auf die rückseite hängen oh ernten ne frucht gekillt eine neue pflanze gekickt mit kuh kommen wir die jetzt ok sim so 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 Du wirst gerade ernten. Das läuft dir nicht so gut. Die ernt. Neustart. Ok. Ja. Sicherlich, dass das nicht so gut war. Das ist ganz besser. Ja. Ja. Und schöne Ernten. Ja. 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 Nein. Ja. 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 Es wächst so ein Kleid. Wunderbar. 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 Okay, Kreativmodus machen wir später. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen Story weiter. Kreativmodus wird bestimmt auch entspannt. Okay, es ist so hart. Wunderschön. Nicht gut platziert. Wunderschön. Wir machen die Erde wieder grün. Nein, das war nicht so gut. Was ist das? Es geht auch noch besser. Oh, ich habe was zum Ernten. Das ist doch mal ein schlickes Game. Am Abend mal. Nach getaner Arbeit. Am Stressigen Tag. Mal ein bisschen den Gärtner mieben. Das sah ja nicht so gut aus. Ich bin jetzt schon überwuchert alles. Oh ja. Vielleicht ein bisschen was zerstört. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh nein. Was war das jetzt? Null Prozent. Gibt es hier gar nicht. Gibt es hier gar nicht so gut aus. Gивает es hier gar nicht so gut aus. Gibt es noch nicht so gut aus. Ich verstehe auch nicht was das Spiel will, die Wurater ist so schön Wie rückgängig machen Sprechst du unbeleilt Was willst du spielen? Ich nehme hier fast 100% Vollgleich Und mir geht kaum noch Wir stampfen alles wieder ein Ich verstehe das Spiel nicht Jetzt haben wir hier alles wieder Und ich habe hier nicht nur noch Ich habe hier nicht gerecht Ich habe hier nicht mehr Die ist verpackt. Ja, Neustart ist gut. Ich weiß nicht, was das Spiel da rechnet. In Prozenten. Noch eine weitere Blume. Jetzt haben wir natürlich wieder zerstört, aber wir bauen noch weiter auf. Der Haufen ist eigentlich sehr gut. Und auch noch einen drauf, verdammt. Die 100% werden auch hier irgendwie zufrieden sein. Die 100% werden auch hier. Ich würde da hinten rein platzieren. Noch das Dach. Hier sind ein paar zu erden. So weit runter geht das hier schon. Nein. Nächstes Szenario. Ich habe die Rechte freigeschaltet. Okay, jetzt machen wir noch, dann würde ich mal Kreativmodus ausprobieren. Okay. Oh ha. Okay. Und die Richtung noch ein bisschen kühl. Ich kann mal ernten. Wunderschön. 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 Das war's für heute. Geht schon den nächsten. Es schließt und gedeiht. Wir können das nächste Szenario wählen. Auf das Auto können wir nicht werfen. Schade. Dann bringt hier nichts. Okay. Ich würde mal zum Kreativmodus. Ja, was haben wir hier? Okay, ein Haus. Wir können uns ein Haus machen. Okay. Stapel aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 nicht übel das haben wir hier was noch irgendwo drauf platzieren ok noch eine konsole und umstapeln da wächst es schon sprichst du muss man gar nichts machen nein Nein. Was hat es? Entschuldige ich das mal an. Junge, dann würde ich mal sagen, können wir auch noch ein bisschen, um erst wieder frei machen. Dann haben wir das Spiel mal an, getestet ausprobiert. So und das ist natürlich für den Abend bequemer ein bisschen den Gras mehr wachsen zu gucken. Junge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017